Schlagen, ein Verb mit vielen Bedeutungen. Schlagen kann zum einen heißen prügeln, das heißt mit der Hand oder auch mit Fäusten zuzuschlagen. Schlagen kann aber auch heißen, etwas in die Wand zum Beispiel zu schlagen, also etwas schlagen, man kann etwas in die Wand schlagen. Zum Zweiten kann Schlagen heißen, dass man einen anderen besiegt. Zum Beispiel kann die Fußballmannschaft den Gegner schlagen, das heißt zum Beispiel 2 zu 0 gewinnen. Schlagen kann auch heißen, dass man zum Beispiel Sojasahne schlägt zu Schlagsahne, es gibt auch Sojaschlagsahne. Und man kann auch einen Kreis schlagen, es gibt also für das Wort Schlagen verschiedene Sonderbedeutungen. Die Uhr kann schlagen, das heißt zum Beispiel Stundenschläge geben, das Herz schlägt, der Puls schlägt und auch die Tür kann ins Schloss schlagen. In diesem Sinne hat Schlagen viele verschiedene Bedeutungen. Auf meistens hat Schlagen irgendetwas mit einer gewissen Heftigkeit zu tun, mit einer bestimmten Stärke zu tun.